Ich bin ja relativ frisch dabei. Ende November war ja meine erste Nominierung. Von daher war für mich jeder, jeden Lehrgang, den ich dabei sein durfte, war eine Riesen-Ehre. Und ich habe das genossen und wollte alles mitnehmen, was mir geboten wird. Ich habe aber nie damit gerechnet, dass ich jetzt an so einem Turnier teilnehmen darf. Von daher war die Überraschung riesengroß. Für mich ist es ja auch das erste große Turnier. Ich durfte schon ein paar Turniere spielen in der U20 oder U17, aber das hier ist dann schon ein anderes Kaliber. Auch von der Aufmerksamkeit her merkt man einfach, dass es was Großes ist. Druck ist immer da, klar. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, positiver Druck. Also von daher, wir freuen uns alle, auch unsere Leistung und auch die Erwartungen zu bestätigen, vielleicht sogar noch einen obendrauf zu setzen. Irgendwo verspürt man immer einen Druck, vor allem, wenn von allen Seiten irgendwie auch gesagt wird, dass man der Titelverteidiger ist. Ja, es ist ja auch eben so. Und unser Anspruch ist es dann eben auch, diesen Titel wieder zu holen. Auch wenn wir neu dabei sind, aber wir beide haben so ein Vertrauen in die Mannschaft und wissen, was die Mannschaft drauf hat. Ja, dass wir absolut davon überzeugt sind, dass wir das schaffen können. Ja, es ist ja auch ein Vertrauen in die Mannschaft, das ist ja auch ein Vertrauen in die Mannschaft.